Die Spiele werden nicht mehr, im Gegenteil. Wir müssen jedes Spiel nutzen. Es kommen jetzt wichtige Spiele und wir müssen alles daran setzen, mehr als 100 Prozent geben und dann bin ich auf jeden Fall guter Dinge. Ich denke, dass wir noch alles selber anhand haben, weil wir noch gegen alle, die mit uns um den Klassenerhalt kämpfen, gegen alle noch spielen und von daher, wenn wir gegen die Mannschaften gewinnen, dann sollten wir auf jeden Fall die Klasse halten.